Sieht gerade leider schlecht aus mit dem Film. Wir müssen wohl ganz normalen Unterricht machen. Boah, nee, ich hab jetzt gar keinen Bock auf Mathe. Lassen Sie mich mal was ausprobieren. Ja, probier ruhig dein Glück. Ihr könnt schon mal eure Mathebücher rausholen. Ich glaub nämlich nicht, dass das hier noch was wird. Alter, der Film funktioniert! Unser Film will nicht laden. Kennt sich hier irgendjemand mit PCs aus? Ich werd schon in der nächsten Klasse gebraucht. Dann wünsch ich noch viel Spaß beim Film. Sascha?